Ich habe ihn doch wieder, Niesen ist unmodern geworden. In den Biedermeierjahren, als die Leute noch gemütvoll waren, wünschten sich Gesundheit beide Gatten oder auch zum Wohlsein, wenn sie mir gestatten. Haben doch die meisten Leute im Laufe der Jahrzehnte der Turnüre Artigkeit gewissenlos eingebüßt und opfern keine Worte weiter zur Verherrlichung des Schnupfens. Mit Rezepten sind sie bei der Hand. Ich trage meinen Schnupfen, heute noch mit Würde und klage nicht das laulige Sommerwetter an. Ich finde Klagen irgendwie absurde, wenn man noch eben etwas schnaufen kann. Nehmt ein Verlierer mir nur meine Würde, die ungedruckt an meinen Ästen hängt, Die vielen Verse werden erst sozierte, wenn ein Verlag sich druckreif danach drängt. Gedichte, die ich in den letzten Jahren schmierte. Rosa, Herr, Rosa, Zitterer, was liegt da, in die ich auf Passung die Welt einschnürte, Beweise lieferte, dass ich was kann. Und erst, was keinem könnt, postwinkend, postrestant. Was drängt ihr euch zu lindern, mein Schnupfen, als wären wir beinahe Blutsvorwand. Am Abend führe ich in mein Nasenloch den Wattetofen. Vorher in Glycerin getaucht und schnarche dann. Glycerin, 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 Glycerin. Glycerin, 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 Glycerin. Glycerin, 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 Glycerin. Glycerin, 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 Glycerin. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018